Hallo, wir wollen heute uns anschauen, ob die Probleme in NP nicht vielleicht doch am Ende in polynomialer Zeit lösbar sind und werden dabei ein interessantes Phänomen kennenlernen, nämlich wir werden stoßen auf sogenannte pseudopolynomielle Probleme, also Probleme, die polynomiell erscheinen, aber die es vielleicht dann am Ende doch gar nicht so richtig sind. Und wie genau das funktioniert, werde ich Ihnen gleich erklären. Herzlich willkommen zurück, mein Name ist Markus Krutsch, dies sind die Videos zum Thema Theoretische Informatik und Logik an der TU Dresden. Und ich hoffe, Sie haben das vorige Video bereits gesehen, da haben wir über das Teilmengensumme-Problem und vor allem auch das Rucksack-Problem gesprochen. Und ich hatte Ihnen erklärt, wie das funktioniert. Ja, Sie packen einen Rucksack mit einer Auswahl von Gegenständen. Es gibt also eine bestimmte Anzahl an n Gegenständen und Sie wollen dabei einen bestimmten Mindestwert einpacken und dabei aber ein bestimmtes Gewichtslimit nicht überschreiten, das Gewichtslimit l. Und ich möchte dieses Problem jetzt, nachdem wir beim letzten Mal gezeigt haben, dass das NP vollständig ist, herauszufinden, ob man den Rucksack so packen kann, dass man diese Bedingungen erfüllt, werde ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie diese Frage in polynomieller Zeit entscheiden können. Und um das zu leisten, werden wir uns einer Technik der dynamischen Programmierung bedienen, die das Problem in einer Zeit lösen kann, die propositional ist hier, Groß-O-Notation, zu n mal l, n die Anzahl der Gegenstände, l das Gewichtslimit, was uns vorgegeben ist. Und dynamische Programmierung, das haben Sie sicherlich auch schon in anderen Zusammenhängen mal gehört, sind also Techniken, bei denen wir eine Gesamtlösung aus immer größer werdenden Teilproblemlösungen zusammensetzen und so für immer größere Probleme die optimale Lösung finden. Okay, das heißt also, dieser Algorithmus wird uns nicht nur sagen, der Rucksack kann gepackt werden, er wird uns auch Hinweise dazu geben, wie genau der Rucksack bestückt werden muss. Die Idee dabei ist relativ einfach, wir arbeiten mit einer Matrix. Die Matrix wird l plus 1 mal n plus 1 groß sein. Also wie gesagt, l das Limit, n die Anzahl der Gegenstände. Und dabei initialisieren wir zunächst die erste Spalte und Zeile mit 0. Das heißt also, wir können uns mal ein Beispiel anschauen, das ist vielleicht einfacher zu sehen. Wir haben hier einen Fall mit vier Gegenständen, g1 bis g4 und die Werte sind wie folgt gegeben, v1 ist 1, v2 ist 3, v3 ist 4, v4 ist 2. Und die Gewichte sehen Sie hier, die auch jedem Gegenstand zugeordnet sind. Und wir haben jetzt ein Limit, l gleich 5 und einen Mindestwert, m, rw gleich 7. So, und dafür wollen wir jetzt eine Lösung finden. Wir wollen herausfinden, können wir eine Teilmenge an solchen Gegenständen konstruieren, sodass wir diese Grenzwerte einhalten. Okay, die Matrix, die ich gerade besprochen hatte, sieht so aus. Also sie hat n plus 1 Spalten und l plus 1 Zeilen, 0 bis 5, 0 bis 4. Und wir initialisieren jetzt, wie ich gerade gesagt habe, die erste Spalte und Zeile mit 0. Was soll das darstellen, diese Matrix? Im Prinzip soll die Matrix jeweils darstellen, die den bestmöglichsten, also maximalen Wert, Gegenstandswert, den wir erreichen können, wenn wir maximal bis zu dem angegebenen Limit, was der Zeile entspricht, gehen und dabei höchstens die Gegenstände in Betracht ziehen, die der Spalte entsprechen. Und deshalb erklärt sich auch die 0 hier, ja, wenn ich also das Limit 0 habe, also in der ersten Zeile hier mich befinde, dann ist natürlich der Wert, den ich erreichen kann, 0. Wenn ich nichts tragen will, dann werde ich auch keinen Wert erhalten. Es gibt keine Gegenstände des Wertes 0 bei uns. Und umgekehrt, und das kann man allgemein so annehmen natürlich, ja, also könnt ihr jetzt sagen, ich lasse Gegenstände von Wert 0 zu, aber es ist klar, das sind dann die, die man, würde man immer mitnehmen, weil sie nichts beitragen am Gewicht, dann würde sich einfach der Mindestwert entsprechend ändern, weil dieser Wert, weil ich den um den Wert der 0 Gegenstände herabsetzen kann. Also wir können uns ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf Rucksackprobleme einlassen, bei denen Gegenstände nicht das Gewicht 0 haben. Okay, also wenn ich nichts tragen will, werde ich auch keinen Wert erzielen. Denn umgekehrt, wenn ich keine Gegenstände in Betracht ziehe, egal wie viel ich bereit bin zu schleppen, werde ich auch keinen Wert erzielen. Okay, das sind also die 0, die Zeilen und die erste und die Spalte und die erste Zeile. Und jetzt versuchen wir von innen, von den kleinen Werten hier nach außen hin immer weiter zu konstruieren, was ist der bestmögliche Wert, den ich erzielen kann, wenn ich entweder mein Gewichtslimiter höhe oder zusätzliche Gegenstände in Betracht ziehe, zu der bis dahin gefundenen Optimallösung. Okay, wir sind also jetzt im Algorithmus an dieser Stelle. Wir haben gerade initialisiert und jetzt führen wir in jedem Schritt eine Berechnung durch. Die Berechnung geht schrittweise durch die Zellen. Wir laufen also durch alle Gegenstände, i gleich 0 bis n minus 1. Da berechnen wir jeweils den Matrix-Eintrag für ein gewisses Gewicht. Und i plus 1, also für die nächste Spalte in der Matrix, wenn ich jetzt einen Gegenstand mehr betrachte als i bis hierhin angibt. Und diesen neuen Wert berechne ich wie folgt. Ich nehme das Maximum von dem alten Wert, also das heißt das Maximum dessen, was ich mit der bisherigen Menge an Gegenständen bei diesem Gewicht gut tragen konnte. Das könnte also schon der beste Wert sein. Also es könnte sein, der neue hinzugekommene Gegenstand i plus 1 ist, lohnt sich gar nicht mitgenommen zu werden, sondern es ist eigentlich am besten, ich nehme die optimale Lösung, die ich bis dahin mit dem Gegenständen ohne i plus 1 gefunden hatte und behalte die. Oder alternativ, zweite Möglichkeit, ich nehme den Wert, auch wieder aus der Matrix, den man erreicht, wenn man für ein niedrigeres Gewichtslimit, nämlich für das Gewichtslimit, was ich habe, wenn ich von dem maximalen Gewicht, was ich tragen kann, das Gewicht des Gegenstands i plus 1 abziehe und dabei nur die ersten i-Gegenstände betrachte. Das heißt also, ich sage jetzt, ja, du darfst alle ersten i-Gegenstände packen, aber es muss dabei noch genügend frei bleiben, um i plus 1 einzupacken. Das ist die Idee hier, das ist dieses Minus. Und ja, das will ich auch tun. Ich packe also i plus 1 hinzu. Ich nehme den Wert noch mit. Also das heißt, die erste Lösung ist die, bei der ich den Gegenstand i plus 1 ignoriere. Die zweite Lösung ist die, bei der ich ein optimales Ergebnis suche, bei dem ich noch genügend Platz habe für i plus 1 und i plus 1 dann hinzunehmen. Und eins von den beiden ist größer und dieses Größere nehmen wir, das ist das Maximum. Und das kann man offenbar leicht berechnen, da ist nichts Schwieriges, es sind zwei arithmetische Ausdrücke, die Tabellen habe ich schon vorberechnet, die Zellen, die da eine Rolle spielen. Und damit kann ich das einfach nachschauen. Okay. Gut. Es kann natürlich vorkommen, hier ist eine Differenz angegeben, es kann sein, dass das Gewichtslimit, was ich bereit bin zu tragen, minus das Gewicht von i plus 1 kleiner 0 wird, dann fällt dieser zweite Term weg. Also ich kann, wenn der Gegenstand, den ich betrachte, mehr wiegt als das, was ich bereit bin maximal zu tragen, dann kann ich ihn einfach nicht mitnehmen, da bleibt mir keine Wahl. Dann muss ich mich mit dem begnügen, was bis dahin das Beste war. Okay. Und wie ich schon gesagt hatte, hier steht es nochmal explizit, Mg i ist der größte Gesamtwert unter den ersten i-Gegenständen bei Einhaltung des Gesamtlimits g. Und ich arbeite mich jetzt so schrittweise vor zu größeren g und zu größeren i. Okay. Und damit kann ich also die Tabelle füllen und kann sehen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, hier über den Mindestwert w zu gelangen. Wenn nämlich ein Eintrag in dieser Tabelle Größe gleich w ist, dann habe ich also schon eine Konfiguration entdeckt, mit der ich dieses Problem gelöst habe. Okay. Gut. Dann schauen wir uns jetzt mal wieder an, wie das im Beispiel aussieht. Wir hatten diese Tabelle. Bisher haben wir noch nichts erreicht, außer initialisiert. Und jetzt benutzen wir diese Vorschrift, wie sie hier unten steht, um weitere Zellen zu füllen. Und Sie sehen schon, um also in die nächste Spalte zu gelangen, muss ich, also ich muss von links nach rechts arbeiten und von oben nach unten. Weil der erste Wert hier greift auf etwas zu, was auf einem kleineren i liegt. Also das heißt, ich sollte links davon schon Einträge haben. Und dieser Wert hier greift auf etwas zu, was auf einem kleineren i liegt und auf einem kleineren g. Also das heißt, ich muss auch weiter oben schon Einträge vorher definiert haben. Ja, also ich arbeite irgendwie so zeilenweise oder von oben nach unten. Okay. Oder auch spaltenweise, das ist in dem Fall egal. Okay. Das also sind die, ist die Tabelle und das wollen wir jetzt mal machen. Schauen wir mal diesen Wert zuerst an. Ich bin also hier, i plus i ist 0 und g ist 1, ja. Und ich kann jetzt schauen und sehe, aha, m, g, i, wenn i 0 ist, das war 0. Also wenn ich überhaupt keinen Gegenstand betrachte, jetzt würde ich, ich betrachte jetzt die Situation, dass ich einen Gegenstand mitnehmen kann, den ersten. Der hatte Gewicht 1 und Wert 1. Und der erste mögliche Wert ist, ich ignoriere diesen Gegenstand. Ich begnüge mich mit denen, die ich bisher hatte, aber das waren keine Gegenstände. Das heißt, die hatten den Wert 0. Das kann also, ist wahrscheinlich nicht so gut. Das ist also Max 0. Und die zweite Lösung ist die, ich schaue mir Gewichtslimit minus das Gewicht des Gegenstandes an, den ich gerade betrachte. Dieses Gewicht ist 1. 1 minus 1 ist 0. Also hier kommt die 0 raus. m von 0, i ist auch 0. 0, m von 0, 0 ist 0. Also da bin ich hier. Und dem füge ich hinzu, diesem Wert, dem Wert des Gegenstandes, den ich jetzt einpacken kann. 1. Und dadurch erhalte ich hier die 1. Und wir sehen, das kann ich nicht nur hier, sondern das bleibt dann auch bei allen anderen Spalten. Warum ist das so? Na ja, wenn ich größere Gewichtslimits erlaube, dann wird die Lösung auch nur noch größer. Aber wenn ich den einen Gegenstand einmal eingepackt habe, dann werde ich ihn nicht wieder auspacken. Also solange ich nur einen Gegenstand betrachte, kann ich den höchstens mithaben. Ich habe ja schon alle Gegenstände eingepackt, die überhaupt möglich sind. Und damit bleibt das auch so. Ich verstehe nicht, warum ich, wenn ich mehr tragen kann, wieder was auspacken soll. Okay, also die werden garantiert gleich bleiben. Man kann das aber auch mit dieser Berechnung sehen, dass das tatsächlich überall sich so ergibt, aus genau dem gleichen Grund. Okay, gut. Das ist also die erste oder die zweite Spalte jetzt schon. Jetzt können wir hier weitermachen. Da sehe ich auch wieder, wenn ich an der Stelle bin, dann ist i gleich 1 und g gleich 1. Jetzt habe ich diese Möglichkeit, mgi ist 1. Also das heißt, das ist das, was ich schaffe, wenn ich den zweiten Gegenstand ignoriere. Der zweite Gegenstand hat Gewicht 1 und Wert 3. Der andere Term ist, ich packe wieder Dinge aus, sodass ich Platz schaffe für den zweiten Gegenstand. Also das heißt, ich schaue das Gewichtstil mit g, das ist 1 in dieser Zeile, minus das Gewicht des neuen Gegenstands, der ist 1 schwer, also gehe ich hier bei 0, das ist immerhin noch größer 0. i war 1, also ich schaue jetzt 0 und 1, das ist hier. Klar, wenn ich beim Gewichtstil mit 0 bin, dann kann ich keinen Wert erzielen, also würde das hier 0 ergeben, aber ich rechne dem dann wieder hinzu den Wert des neu hinzugekommenen Gegenstands 2, der jetzt ja in den Sack passt. Und der ist 3 und 3 ist größer als 1 und deshalb ist dieses Maximum für diesen Wert 3. Okay. Und ja, Sie sehen schon, was jetzt passiert ist, dass hier ein Sollte, wenn ich mein Gewichtslimit erhöhe, also 2 zulasse, dann sollten ja beide Gegenstände passen, der erste und der zweite haben zusammen mein Gewicht von 2. Das heißt also, da sollte der Wert dann 4 werden und wir können das nachvollziehen, wieso das funktioniert. Die eine Möglichkeit ist wieder, wir betrachten den neuen Gegenstand nicht, das wäre offensichtlich nicht optimal, da hätten wir bloß Wert 1 erzielt. Die andere Möglichkeit ist, ich schaue mir das Optimum an, wenn ich Platz schaffe, das Gewichtstil mit Wert 2, ich schaffe Platz für 1, also habe ich immerhin noch 1 und schaue, was ich mit Gewichtstil mit 1 mit einem Gegenstand erzielen kann. Das habe ich hier in der Matrix stehen, M1, 1. Da hatte ich schon 1 erzielt und habe immer noch Platz, den zweiten Gegenstand wieder hinzuzupacken. Das heißt also, hier kommt plus 3 hinzu und ich habe also dann 1 plus 3 und das ist 4. Das heißt, ich habe hier die 4. Und auch das bleibt jetzt natürlich wieder gleich, weil ich habe jetzt alle Gegenstände in der Spalte gepackt, die gepackt werden können. Und das wird sich also nicht nochmal erhöhen. So, und jetzt kann ich den dritten Gegenstand betrachten. Der dritte Gegenstand hat also Gewicht 3 und da sehen Sie schon, da kann jetzt erstmal nichts hinzukommen. Mit Gewichtstil mit 1 kann ich den nicht einpacken. Das heißt, da ist die beste Lösung, die ich finden kann, immer noch die 3 und mit Gewichtstil mit 2 auch. Und das wird sich auch mit Gewichtstil mit 3 nicht ändern. Da habe ich das Maximum jetzt gleich. Also der Wert ist 4, wenn ich nur den dritten Gegenstand einpacke. Aber ich kann den Wert 4 auch erzielen, wenn ich die anderen beiden einpacke. Das macht keinen Unterschied. Und den zusätzlichen Wert erziele ich erst, wenn ich mindestens 4 im Gewichtslimit habe. Weil dann kann ich die ersten 3 Gegenstände mitnehmen. Ja. Okay. Und Sie sehen, eigentlich ist das Rucksackproblem ganz leicht, nicht wahr? Also man packt halt einfach den Rucksack mit den Dingen, die reinpassen. Und wenn man was Neues findet und feststellt, dass der Rucksack schon voll ist, dann überlegt man sich, ist es jetzt besser, wenn ich wieder so viel auspacke, dass ich Platz habe für das Neue oder ist es besser, wenn ich das behalte, was ich schon habe? Und auf diese Art können Sie Schritt für Schritt optimieren und erhalten tatsächlich die bestmögliche höchste Wertezahl für alle Ihre Kombinationen. Und Sie könnten jetzt auch rekonstruieren, welche Gegenstände Sie eingepackt haben, natürlich in jedem Fall, indem Sie schauen, welche der beiden Terme hier jeweils zum Zuge kamen. Weil die beiden Möglichkeiten stehen jeweils für eine bestimmte Konfiguration an Gegenständen. Die können Sie sich auch pro Tabellenzelle merken, sodass Sie auch wirklich die Lösung dann erhalten. Okay, also wir sehen, eigentlich ist Rucksack packen ganz leicht und auch in der Praxis. Sie könnten also, wenn Sie jetzt, was habe ich gesagt, Einbrecher, gut, das wollen wir jetzt nicht hoffen, dass Sie Einbrecher sind, aber wenn Sie also in der Lage sind, dass Sie schnell die wertvollen Dinge einpacken wollen und nicht so viel tragen können und mehr Auswahl haben als Platz, dann könnten Sie auch so vorgehen. Stopfen Sie einfach alles in den Rucksack rein und wenn was Neues kommt, dann müssen Sie wieder auspacken. Muss man natürlich systematisch machen. Ja, machen Sie vielleicht vorher eine Tabelle, bevor Sie einbrechen oder weiß auch nicht, was Sie genau vorhaben damit. Das lasse ich mal Ihnen, überlasse ich mal Ihnen zu entscheiden. Aber jedenfalls ist die Situation offenbar die, dass dieses angeblich NP-vollständige Problem sich doch relativ leicht lösen lässt, nicht wahr, systematisch und Schritt für Schritt. Das heißt, wir haben jetzt aber einen scheinbaren Widerspruch, oder? Denn beim letzten Mal habe ich bereits gezeigt, Rucksack ist NP-vollständig. Also die Frage, ob man das packen kann, sodass da die Werte und Gewichtsgrenzen berücksichtigt werden, ist NP-vollständig, während gleichzeitig ich gerade einen sehr effizienten Algorithmus angegeben habe, der also diese quadratisch große Matrix benutzt, von N mal L Zeilen erzählen, die ich einfach der Reihe nach mit einfachen Operationen ausfüllen kann. Okay. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist also die Klasse P gleich der Klasse NP? Denn wir haben ein NP-vollständiges Problem gefunden, das man in polynomialer Zeit lösen kann. Das heißt, also alle anderen NP-Probleme kann ich ja, weil es NP-vollständig ist, darauf reduzieren, in polynomialer Zeit. Das heißt, jedes beliebige NP-Problem, zum Beispiel SAT, könnte ich auf Rucksack reduzieren und dann benutze ich meine dynamische Programmierung und löse Rucksack und schon habe ich SAT in polynomialer Zeit gelöst. Hm. Was ist hier los? Das ist eine schöne Sache zum Diskutieren. Schade, dass wir nicht im gleichen Raum sind, sonst könnten wir das ein bisschen besprechen. Ich habe Ihnen nochmal das Rucksack-Problem hier in der Definition wiedergeholt, damit Sie sehen können, wie genau das Rucksack-Problem definiert ist. Denn das wird bei der Lösung dieses Mysteriums einen gewissen Beitrag leisten. Also, wir hatten hier Gegenstände, A1 bis A1, jeder hat einen Wert V und ein Gewicht G, es gibt einen Mindestwert W und ein Gewichtslimit L. Und ich möchte, dass diese Constraints eingehalten werden, diese Randbedingungen sollen erfüllt sein für eine gültige Lösung D. Okay. Und ich habe das jetzt gelöst in O von N mal L. Jetzt gibt es verschiedene mögliche Antworten, warum P, also wir wollen offenbar, dass P nicht gleich NP ist. Das wäre gut, sonst müssten wir einige Dinge grundlegend überdenken, die wir lehren. Oder wir kriegen einen Turing Award, aber dann hätte ich vielleicht das Video hier nicht auf YouTube hochladen sollen, sondern lieber erst mal selber ein Paper drüber schreiben. Okay, also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diesen Widerspruch, diesen scheinbaren Widerspruch zu lösen. Und ich sage Ihnen mal, was normalerweise so als Vorschläge gebracht wird. Erste Möglichkeit ist, der Algorithmus ist falsch. Also mein polynomialer Algorithmus ist irgendwie fehlerhaft. Und löst das Problem gar nicht. Oder löst das nicht in der angegebenen Zeit. Dem würde ich entgegenhalten. Es ist natürlich nicht so schnell zu sehen, vielleicht. Sie haben den Algorithmus gerade zum ersten Mal gesehen. Da müssen wir vielleicht nochmal in Ruhe drüber nachdenken, wie das wirklich, ob das gut funktioniert. Aber es ist tatsächlich so, dieser Algorithmus ist korrekt. Der funktioniert. Sie können das so machen. Und der kann mit dieser Tabelle arbeiten. Und da werden Sie ein optimales Ergebnis finden. Das ist also nicht der Grund. Die zweite Möglichkeit ist, Rucksack ist gar nicht NP-vollständig. Unsere Reduktion war falsch. Da müssten Sie jetzt ein Video zurückgehen und überlegen, wie war das mit der Reduktion. Wir hatten da diese Gewichte T und F für Subset Sum, also für die Teilmengensumme definiert. Und hatten dann einen Zielwert gebildet und hatten gesagt, diese besonderen Formen von Rucksackproblemen, die Teilmengensummenprobleme, die sind also wie gesagt eine Sonderform, lassen sich also auf Rucksack reduzieren. Und dadurch zeigt man, dass auch Rucksack schon sehr schwer ist. Und darüber hatten wir ja satt gelöst. Wenn man jetzt in so einer Situation ist wie wir, dass man sich fragt, ja scheinbar haben wir jetzt ein schwieriges Problem leicht gelöst. Satt ist ja ein schwieriges Problem offenbar. Dann kann man sich auch mal überlegen, wie die Lösung sich genau in der Praxis dann ausspielt. Also man nimmt sich mal eine Sattformel und macht mal die Konstruktionsschritte der Reihe nach und schaut, wie dann der Algorithmus hier aussieht. Und das ist schon ein großer Hinweis. Aber zunächst einmal möchte ich festhalten, auch die Reduktion war korrekt. Also tatsächlich ist das Rucksackproblem NP vollständig. Auch das stimmt. Das heißt also, beides, was hier in den ersten beiden Anstrichen steht, ist wahr. Diese Dinge sind nicht fehlerhaft. Da gibt es keinen Bug drin. Höchstens Tippfehler auf meinen Folien. Die dürfen Sie mir natürlich wie immer gerne schicken, zum Beispiel als Issue in Gitarren. Okay, wie können wir das Ganze also auflösen? Wir können noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich denke, also man kann darauf kommen, aber es ist nicht das Erste, woran man vielleicht denkt. Okay, also lassen Sie mich das mal erklären. Wie gesagt, ein guter Hinweis ist, wenn man sich überlegt, wie die Lösung aussehen würde, wenn ich jetzt eine Sattformel nehme. Und würde also die Maschinerie, die wir jetzt haben, wenn das wirklich zeigen würde, P gleich NP, würden wir ja einen polynomialen Algorithmus für Satt rauskriegen. Der müsste ja irgendwie da stehen. Wir haben ja alles, was wir gemacht haben, konstruktiv gezeigt. Also wir wissen für jede Umformung, wie genau sie zu berechnen ist, für jeden Algorithmus, wie genau er abläuft. Das heißt, das ist nicht nur ein Existenzbeweis, sondern da ist ein konkretes Programm, das könnte ich so implementieren. Okay, was würde also passieren, wenn ich jetzt versuchen würde, Satt, die Erfüllbarkeit propositionaler Logik, mit diesen Techniken zu lösen? Als erstes hätte ich das Satt-Problem. Ich müsste von Satt nach Teilmengensumme, von Teilmengensumme nach Rucksack, von Rucksack in die dynamische Programmierung. Und dort könnte ich das dann lösen. Okay, erster Schritt, Satt nach Teilmengensumme, da kriegen Sie diese T- und F-Werte. Und Sie bekommen einen Zielwert Z. Zweiter Schritt, Teilmengensumme nach Rucksack, da wird der Zielwert jetzt das Gewichtslimit und das Wertlimit. Und die Werte, die Sie hatten für die Gegenstände bei Teilmengensumme, werden gleichzeitig Wert und Gewicht beim Rucksackproblem. Alles fällt zusammen. Das heißt, der Zielwert, den wir haben, das L, das Gewichtslimit, ist der Zielwert, den wir für die Teilmengensumme konstruiert haben. Und wenn Sie sich jetzt erinnern, wie das aussah in meinem letzten Video, da hatte ich diese Tabelle mit den Zahlen, wo ich also über viele Stellen das konstruiert hatte. Und da hatte ich ja für jede Variable, die in der SAT-Formel vorkam, eine Stelle eingebaut und für jede Klausel eine Stelle eingebaut in die Zahlen, die ich da konstruiere. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was heißt das denn für die Zahlen, wenn wir so viele Stellen einbauen? Ja, natürlich, sie werden relativ groß. Wenn ich 10 Variablen habe und 5 Klauseln, dann habe ich 15-stellige Zahlen. Und der Zielwert, den ich habe, dieser Zielwert ist auch in dieser Größenordnung. Das heißt, der ist auch 15-stellig in dem Fall. Und dieser Zielwert wird dann im Rucksackproblem zum Gewichtslimit. Und das Gewichtslimit in unserer jetzigen Formulierung, das ist L. Ja, also das war irgend so, wenn Sie jetzt eine 15-stellige Zahl hätten, das wäre das L. Aha. Sehen Sie es, das Problem ist, wenn man dieser Algorithmus löst, natürlich das Problem in N mal L. Aber L ist das Gewichtslimit und das Gewichtslimit in unserer Reduktion war sehr groß. Milliarden. Und das heißt, die Tabelle, die Matrix, die Sie aufbauen müssten, hätte ebenfalls Milliarden Zeilen. Für jedes Gewichtslimit einer. Oha. Wieso ist denn dann die Reduktion polynomiell? Hatten wir nicht gesagt, alles, was wir hier tun, ist eine, bei der NP-Vollständigkeitsargumentation, sollten doch polynomielle Reduktionen sein. Wo ist denn das polynomiell, wenn wir Milliarden von Zeilen brauchen in der Tabelle? Und die Zahl L Milliarden groß ist. Naja, so wie das Rucksackproblem gegeben ist, muss natürlich das Gewichtslimit und auch der Mindestwert, der ja auch dasselbe Limit ist, wenn wir von Teilmengensumme reduzieren, die müssen natürlich im Input gegeben sein. Aber die sind natürlich, dadurch wird natürlich der Input nicht unbedingt sehr groß, ja. Wenn Sie eine Milliarde aufschreiben wollen, wenn Sie Binärnotation oder Dezimalnotation nehmen, brauchen Sie dafür ja nur relativ wenige Bits. Also Sie können auch sehr große Zahlen kurz aufschreiben, ja. Nur weil das Gewichtslimit 100 Milliarden ist, heißt das noch lange nicht, dass Sie eine Eingabegröße von 100 Milliarden haben, sondern wir kodieren Zahlen ja logarithmisch. Das heißt also, die Antwort auf diese Frage ist in der Kodierung. Wir haben nicht gezeigt, dass P gleich NP ist, sondern wenn wir genau sind, dann stellen wir fest, dass dieses UNL nicht polynomiell ist in der Eingabe, die für Rucksack normalerweise angenommen wird. Ja, genau. Das ist also die Lösung zu diesem Problem und das führt uns zum Thema Pseudopolinomielle Probleme. Die Eingabe für Rucksack hat nämlich die Länge ON Logarithmus von W plus Logarithmus von L. Das ist ungefähr die Abschätzung. Vielleicht, wenn ich noch die Werte für V und G speichere und die auch entsprechend groß sind, kommt hier vielleicht nochmal N mal Logarithmus hinzu. Aber jedenfalls das Entscheidende ist, dass diese Zahlen hier nur logarithmisch auftauchen. Das heißt, wenn ich einen dynamischen Programmierungsalgorithmus habe, der ONL braucht, dann ist das keinesfalls polynomiell bezüglich dieser Länge, sondern L ist ja tatsächlich exponentiell größer als Log L. Das heißt, bezüglich dieser Länge ist es eher ein exponentieller Algorithmus, auch wenn er uns polynomial erschien. Und damit haben wir ein Beispiel gesehen für etwas, ein Phänomen, was man nennt Pseudopolinomialität. Wir sagen, ein Problem ist in Pseudopolinomialer Zeit lösbar, wenn es durch eine deterministische Turing-Maschine gelöst wird, die polynomiell, oh, pardon, die polynomiell Zeit beschränkt ist und bezüglich der Eingabelänge und auch des Betrages aller Zahlen in der Eingabe. Das heißt also, wir dürfen die Zahlen nicht einfach so logarithmisch kodieren und sagen, 100 Millionen, das braucht gerade mal irgendwie 15 Stellen, sondern, oder nein, das sollte so sein, dass wir diese Beträge mit berücksichtigen, also das heißt, den Zahlenwert mit berücksichtigen, wenn wir die Größe der Eingabe abschätzen. Das ist also das, was wir hier tun wollen und das nennen wir Pseudopolinomialer Zeit. Und wir sehen, dass das hier bei Rucksack der Fall ist, dass das Ganze polynomiell lösbar ist, aber polynomiell in der Größe der Zahlen und nicht polynomiell in der Anzahl der Bits, die man braucht, um diese Zahlen zu kodieren. Okay. Ich kann das auch äquivalent anders definieren. Und ich kann auch sagen, Pseudopolinomialität bedeutet, dass das Problem ist in P-Time, wenn man alle Zahlen unnäher kodiert. Das heißt, wenn Sie nicht effizient kodieren, log l, sondern Sie würden zum Beispiel die Zahl l kodieren, indem Sie l mal das Bit 1 setzen. Das heißt, 100 Millionen hätte wirklich die Größe 100 Millionen im Input. Und wenn Sie es dann bezüglich dieser Kodierung polynomiell lösen können, dann ist das Problem Pseudopolinomial. Das heißt, wir sehen hier einen interessanten Effekt. Nämlich, dass es hier konkret auf die Kodierung des Problems ankommt. Mit einer effizienten, normalen Kodierung, so wie wir normalerweise Zahlen darstellen, ist das Problem exponentiell nur lösbar, nach allem, was wir wissen. Es ist NP-vollständig. Aber wenn wir eine andere, ineffiziente Kodierung für Zahlen wählen, die die Zahlen größer macht, als sie vielleicht nötigerweise sein müssten, also mehr Platz verbrauchen lässt, dann ist das Problem in polynomiell zeitlösbar. Oder mit anderen Worten, der Platz, der benötigt wird, um die Zahlen unär zu kodieren, ist so groß, dass er uns genügend Zeit schafft, um das Problem polynomiell bezüglich dieser großen Zeit zu lösen. Und Sie sehen, das ist ein Effekt, da hatte ich schon mal vor ein paar Videos informell davon gesprochen und es als Frage stehen lassen. Was passiert, wenn wir schlecht kodieren? Was passiert, wenn wir ineffizient kodieren? Geht dann die Komplexität hoch oder geht sie runter? Und Sie sehen, die Komplexität geht runter. Also ineffiziente Kodierungen, die also mehr Platz als nötig brauchen für die Darstellung eines Problems, schaffen uns extra Zeit, weil wir natürlich dadurch größere Inputs haben und größere Inputs bedeuten mehr Ressourcen. Also die Ressourcen werden bezüglich der Inputgröße gemessen. Das heißt, je schlechter wir kodieren, desto mehr Ressourcen haben wir zur Verfügung, um das tatsächlich dort enthaltene, viel kleinere Problem vielleicht zu lösen. Also deshalb geht da die Komplexität nach unten. Und in dem Fall ist es eine exponentiell schlechte Kodierung, wenn wir so vorgehen. Okay, das heißt also, wir haben einen besonderen Effekt kennengelernt und das ist ein Effekt, der nicht so oft auftritt. Es gibt gar nicht so viele Probleme, wo Zahlen eine Rolle spielen. Also manchmal in der Informatik sind wir klar in Situationen, wo das ganz klar außen vor ist, wo vielleicht Zahlen gar nicht vorkommen im Input, da ist auch egal, wie ich die kodiere. Aber wenn er auftaucht, dann kann er für viel Verwirrung sorgen. Sie haben ja schon gemerkt, ich komme hier mit P gleich NP und wir fragen uns solche grundsätzlichen Dinge, scheinbar widersprüchliche Aussagen. Und da ist schon viel Falsches behauptet worden in der Welt, weil man sich geirrt hat oder das nicht beachtet hat, dass Dinge pseudopolynomal sind. Dazu komme ich gleich nochmal. Für jetzt können wir auf jeden Fall nochmal feststellen, Rucksack ist ein gutes Beispiel für Pseudopolynomalität. Beschränkt man das Problem auf Instanzen mit Gewichtslimit kleiner gleich Pn für ein Polynom P. So erhält man ein Problem in P. Das ist also jetzt die rote Definition hier, also hier nicht die ineffiziente Kodierung, sondern die Version, bei der ich sage, ich beschränke mich auf kleine Beträge, auf kleine Zahlen, auf polynomiell kleine Zahlen, ja, und dann reicht es schon aus. Dann kann ich das Polynomier lösen bezüglich dieser Zahlen. Und was natürlich jetzt klein heißt, das hat verschiedene Konsequenzen. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie mit, wenn Sie jetzt in der Praxis das anwenden würden, heißt das nicht unbedingt, dass Sie leichte Gewichte, leichte Gegenstände packen müssen. Sie können das auch mit Tonnen machen, anstatt mit Gramm. Es geht vielmehr um die Feinheit der Abstufung, ja. Also die Frage, wie groß die Zahl sein muss, ist letztlich nur die Frage, wie viele Zwischenschritte müssen Sie betrachten. Wenn Sie halt 100 Milliarden als Gewichtswert angeben, dann ist das nur dann eine große Zahl, wenn es tatsächlich Gegenstände gibt, die die Zwischenstufen davon erreichen können. Wenn Sie also sehr viele verschiedene Kombinationen haben. Wenn nur wenige Kombinationen überhaupt auftreten können, dann können Sie wieder mit einer kleinen Matrix auskommen. Also wenn Sie 100 Milliarden als Gewichtslimit haben, aber es gibt nur Gegenstände, die vielfache von 10 Milliarden als ihr Gewicht haben, dann gibt es nicht viele Möglichkeiten. Das ist dann sozusagen nur eine Frage der Skala. Oder umgekehrt könnte ich auch sagen, es geht um die Präzision. Wenn ich das Gewicht sehr präzise abstufen möchte, mit vielen Nachkommastellen vielleicht sogar, anstatt mit natürlichen Zahlen, dann würde ich auch wieder mehr natürliche Zahlen brauchen, um das zu diskretisieren. Hätte ich mehr mögliche Stufen, hätte ich eine größere Tabelle bei der dynamischen Programmierung, dauert wieder alles ein bisschen lecker. Also Sie sehen, es kommt auf verschiedene Dinge an und man kann damit schon sagen, Rucksackprobleme, die in der Praxis auftreten, wenn Sie zum Beispiel in Urlaub fahren und Ihren Koffer packen und überlegen, was passt da rein, bezüglich des Wertes, den Sie persönlich für Ihren Erholungsurlaub dem jeweiligen Gegenstand beimessen, dann ist das vielleicht einfacher zu lösen, weil es eben nicht Millionen von Wertabstufungen gibt, die Sie wirklich betrachten wollen. Nur wenige. Okay, gut. Das also Pseudonormalität. Und es gibt jetzt eine Kehrseite von Pseudopolynormalität, die auch interessant ist, nämlich das ist die sogenannte starke NP-Vollständigkeit. Nämlich sagen wir, Probleme sind dann stark NP-Vollständig, wenn sie selbst dann noch NP-Vollständig sind, wenn man alle Zahlen unnäher kodiert. Also das heißt, Probleme, bei denen es eben nicht darauf ankommt, ob ich die Zahlen jetzt effizient oder ineffizient kodiere, die nennt man stark NP-Vollständig. Das sind also die, bei denen dieses Problem nicht eintritt. Und dafür finden sich einige Beispiele. Natürlich, klar, SAT ist so ein Beispiel, denn bei SAT kommen überhaupt keine Zahlen in der Eingabe vor. Dann ist natürlich auch keine Frage, wie die kodiert sind. Clique ist auch stark NP-Vollständig und vielleicht zumindest interessant hier, weil es bei Clique ja eine Zahl gibt, denn die Größe der Clique wird mit als Eingabe angegeben. Aber hier ist es tatsächlich egal, ob ich die Größe der Clique effizient kodiere oder nicht, denn interessante Größen von Cliquen sind lediglich die, die kleiner sind als der Graph oder höchstens so groß sind wie der Graph, mit dem ich arbeite. Ich kann keine Clique finden, die größer ist als die Anzahl der Knoten. Das heißt also, der Betrag, den die Zahl sinnvollerweise haben kann, ist schon natürlicherweise beschränkt auf eine lineare Größe bezüglich des Graphen. Also das heißt, das Cliquen-Problem wird immer mit vergleichsweise kleinen Beträgen von Zahlen arbeiten. Und damit ist es auch stark polynomial vollständig. Umgekehrt sind Rucksack und Teilmengensumme pseudopolynomiell. Und was auch ein interessanter und wichtiger Aspekt dieser Pseudopolynomalität ist, wenn man jetzt von dem einen auf das andere reduziert, dann müssen bei der Reduktion große Zahlen, exponentiell große Zahlen entstehen. Denn wenn das nicht so wäre, dann hätten wir tatsächlich einen polynomiellen Algorithmus. Also wenn ich eine Reduktion finden könnte von einem Problem auf zum Beispiel Teilmengensumme, bei dem die Größe der Beträge der Zahlen, die ich dabei erzeuge, polynomiell beschränkt ist, und nicht nur ihre Länge in Dezimalkodierung oder Binärkodierung, dann hätte ich auf diese Weise es auch geschafft, einen polynomiellen Algorithmus zu finden. Und das ist also dann nicht mehr in P vollständig. Höchstwahrscheinlich. Okay. Gut, also Sie sehen, wenn Sie interessante propositionallogische Probleme beim Einkaufen im Urlaub lösen möchten, dann benötigen Sie auch eine Menge Kleingeld, um dementsprechend zu shoppen. Und natürlich auch eine interessante Auswahl an Gegenständen, um Ihnen das überhaupt zu halten. Okay, also in der Praxis auftretende Rucksack- und Teilmengensumme-Probleme sind aus diesen eben genannten Gründen oftmals gut und effizient lösbar, weil Sie eben typischerweise aus praktischen Gründen nicht über so einen großen Wertebereich gehen. Okay. Ich hatte aber schon gesagt, dieser Effekt der Pseudopolynomalität zeugt für einige Verwirrung und kann leicht dazu führen, dass einige Personen vorschnell zu dem Schluss kommen, dass sie einen Turing Award verdienen, weil sie es geschafft haben, ein schwieriges Problem in Poinomera-Zeit zu lösen. Denn es gibt natürlich viele Wege, dann solche Probleme zu lösen, solange die Zahlen klein sind, effizient. Und das kann man nutzen. Und dann kann man sagen, ich habe hier was gemacht, das löst NP in Poinomera-Zeit. Und wenn man ausreichend exotisch vorgeht, dann gibt es vielleicht sogar Leute, die glauben, dass man das tatsächlich geschafft hat. Wenn man sagt, ich habe das jetzt in Java programmiert, dann vielleicht nicht. Aber es gibt da viele, viele Möglichkeiten, das so zu verklausulieren, dass es tatsächlich manchem plausibel erscheint. Und das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir so aus Glatteis geführt werden und von Falschmeldungen, die es immer wieder gibt in dem Bereich, da überrumpelt werden. Deshalb hier noch drei Folien zum Thema Fake News. Nicht nur Pseudonormalität betreffend, aber damit fange ich mal an. Es gibt nämlich immer wieder Berichte darüber, dass irgendein neuartiges Berechnungsmodell oder eine ausgefallene physikalische Anordnung NP-vollständige Probleme in Poinomera-Zeit lösen könnte. Das ist das, was ich gerade sage. Selten glaubt das jemand, wenn jemand sagt, ich habe das in Java gemacht. Aber wenn jemand sagt, ich habe irgendwie Reagenzgläser zusammengestellt und Elektroden reingehängt und dann irgendwelche Moleküle gebaut und dann habe ich das Problem gelöst. Das glaubt man eher. Also irgendwelche ausgefallenen physikalischen Ideen, die dann darauf hindeuten, dass man ein ganz neues Computersystem entwickelt hat, ein ganz neues Rechenmodell. Da ist man eher gewillt zu sagen, ja, das könnte schon sein, dass das dann schneller ist für NP. Aber sehr wahrscheinlich ist das nicht nach allem, was wir heute wissen. Und wahrscheinlich sind auch diese Dinge in der Regel falsch. Wie kann das zum Beispiel passieren? Meist kann man leicht sehen, wo ein Fehler liegt. Erste ganz wichtige Kontrollfrage, ist das Problem, was jemand behauptet, zu lösen, pseudopolynomiell? Und wenn ja, wie sind denn die Zahlenbeträge kodiert? Und da habe ich konkrete Beispiele, da könnte ich Ihnen sogar Veröffentlichungen davon nennen, das mache ich aber nicht. Die Autoren wissen schon, wer sie sind. Da haben tatsächlich Forscher molekulare Anordnungen entwickelt, die in der Lage sind, Teilmengensumme konkret zu lösen. Das war wirklich das Beispiel, was dort gewählt wurde. Und natürlich mussten sie, um das in Molekülen zu kodieren, irgendwie die Zahlen kodieren. Und da hat man einfach die Zahlen durch eine entsprechende Zahl an Molekülen kodiert. Also 10 Moleküle kodieren die Zahl 10. Moleküle sind sehr klein, eine Zahl kann man also sehr effizient kodieren. Man hat Millionen davon zur Verfügung, also gar kein Problem. Entsprechend Zahlen zu kodieren durch Zählen von Molekülen, möchte man meinen. Ist aber natürlich klar, dass das Quatsch ist. Warum? Weil wenn ich die Zahl an Molekülen gleichsetze mit der kodierten Zahl, dann habe ich eine Unnährkodierung. Doppel zu großer Betrag, doppel zu große Zahl an Molekülen. Ähm, exponentiell große Zahl, exponentiell große Zahl an Molekülen. Und sie haben gesehen bei den Diagrammen, die ich Ihnen vor kurzem gezeigt habe, exponentiell ist, damit ist nicht zu spaßen. Ja, sie kommen dann schnell auf eine Zahl an Molekülen, die jenseits dessen ist, was sie in unserem Sonnensystem zum Beispiel auftreiben können, an einem bestimmten Material. Und da haben sie noch keine sehr großen Probleme gelöst. Noch keine, die wir nicht auch so schon mit einem optimierten Java-Algorithmus hinbekommen. Das heißt also hier klarer, klar Fake News. Ja, jemand, der sagt, ich habe NP gelöst, aber dann Teilmengensumme löst und die Zahlen ohneakodiert, der hat das eher nicht verstanden. Okay, das ist die erste Sache, die ich tatsächlich, wie gesagt, in der Praxis schon angetroffen habe. Ja, das wurde auch veröffentlicht, die Gutachter. Das ist das nächste Jahr. Solche Dinge werden natürlich leichter veröffentlicht, denn wenn man mit ausgefallenen physikalischen oder organisch-molekularen Anordnungen Dinge tut, dann schickt man das natürlich eher zu Journals und Veröffentlichungsorganen, wo es Experten gibt im Bereich Physik und Chemie. Und die wissen natürlich nicht unbedingt, was Pseudoproblemarität bedeutet und glauben diesen Teil einfach. Und das führt dann dazu, dass sowas auch die wissenschaftliche Qualitätskontrolle manchmal passiert. Das ist aber nicht der einzige Fall, in dem wir solche Probleme sehen. Zweite Sache, die wir auch oft gesehen haben, auch in der populären Presse, in früheren Jahren vor allem, Fälle, in denen der Computer mit dem Problem wächst. Das ist im Prinzip ein bisschen die Kehrseite von, ja, auch teilweise von Pseudoproblemarität, teilweise aber auch von anderen NP-Lösungsverfahren, wo man also sagt, ich habe jetzt eine tolle Rechenanordnung, die löst das Problem. Ich muss nur dieses und jenes haben und meistens arbeitet man wieder mit sehr kleinen Einheiten wie Molekülen, sodass man den Eindruck hat, das fällt erstmal nicht so ins Gewicht. Aber auch da passiert es natürlich schnell, dass der Computer, den ich vorschlage, exponentiell wächst. Das war zum Beispiel ein Effekt, den man gesehen hat bei dem DNS-Rechnen, also dieses DNA-Computing-Ansätze, die frühen der Nullerjahre zum Beispiel, da hat man tatsächlich gesagt, man kann Optimierungsaufgaben lösen, indem man mögliche Lösungen als Sequenz von DNS kodiert. DNS deshalb, weil man die schön benutzen kann, um tatsächlich gut diskret Informationen zu kodieren und weil man die auch leicht synthetisieren kann. Da gibt es gute Anordnungen. Und man hat also gesagt, ich gebe im Prinzip eine Menge DNS-Stränge in ein Bad und lasse die um die Wette schwimmen zum Beispiel. Und die ersten, die ankommen, sind die kürzesten, weil die weniger behindert werden in dem Medium. Und damit habe ich eine Optimierungsaufgabe gelöst, weil ich dann kurze Lösungen für ein komplexes Problem gefunden habe. Und ja, wenn die DNS-Stränge entstanden sind, dadurch, dass verschiedene Bausteine miteinander kombiniert worden sind, zusammen in möglicher Form, also Sie erinnern sich auch, wir machen das auch gerne mit formalen Sprachen, sowas wie das Post-Korrespondenz-Problem. Da geht es ja auch darum, Strings zu kombinieren. Könnte ich jetzt gut in DNA darstellen und die irgendwie so bauen, dass die nur in bestimmten Fällen aneinanderhängen. Dann habe ich tatsächlich vielleicht so eine Korrespondenz, dass mögliche Lösungen diesen Strängen entsprechen, die in der Lösung entstehen, die sich da bilden. Und dann kann ich sehen, welche davon die kürzeste ist, indem ich sie irgendwie im elektromagnetischen Feld schwimmen lasse und schaue, wer als erster ankommt. Da hat man tatsächlich mal gemacht, löst aber natürlich in der Praxis gar nichts, weil das auch wiederum verlangt, dass ich für jede mögliche Lösung einen DNS-Strang in meinem Gel dort rumschwimmen habe irgendwie. Und ja, Sie wissen, exponentiell viele Lösungen heißt, man hat sehr, sehr viele Stränge und es reicht nach kurzer Zeit wiederum das Material auf der Erde nicht mehr aus, um genügend DNS-Moleküle zu synthetisieren und damit überhaupt mittelgroße Probleme zu lösen, die man auch wiederum auch schon längst auf elektronischen Rechnern lösen kann. Also hier ein Beispiel für einen Fall, wo NP in polinomierer Zeit gelöst wird. Ja, das Schwimmen dauert ja nicht lange im Prinzip, aber eben nur dadurch, dass ich exponentiell viele, exponentiell großen Rechner habe. Und das können wir auch, ja, das können wir auch mit elektronischen Rechnern machen. Ja, geben Sie mir exponentiell viele Rechner, jeder davon checkt eine Belegung der SAT-Formel, habe ich in polinomierer Zeit satt gelöst. Ja, ganz einfach. Also exponentiell große Rechner zu benutzen, ist keine Kunst. Das löst ein NP-Problem natürlich. Okay. Dritter Fall, den ich auch gleich noch erwähnen würde, es gibt auch noch noch schwammigere Möglichkeiten, um so eine Art Überturing-Mächtigkeit teilweise zu argumentieren, die man auch manchmal sieht in den Medien oder in irgendwelchen Publikationen. Das ist nämlich immer dann der Fall, wenn jemand eine Anordnung zum Rechnen vorschlägt, die das Problem nur approximierend löst in irgendeinem Sinne. Das heißt also, zum Teil ist das schon bei dem DNS-Berechnen ein bisschen der Fall. Ja, ich lasse irgendwas um die Wette schwimmen. Ist das wirklich dann ganz sicher, da ich das Kürzeste kriege, kann ich das so hundertprozentig synthetisieren? Aber da könnte ich sagen, das sind vielleicht noch Messfehler, die ich auch im Digitalrechner haben könnte. Aber es gibt noch andere Verfahren, bei denen ich zum Beispiel irgendwelche Schaltkreise, habe ich hier mal genannt, als Beispiel mit Rückkopplungen habe und dann solche Aussagen mache, wie dieser Schaltkreis in der Regel zu einer guten Lösung konvergiert nach kurzer Zeit. Und wenn ich das so sage, dann ist weder klar, wie sicher das ist, was berechnet der eigentlich, was ist eine gute Lösung, ist das wirklich die Optimallösung oder ist die garantiert in einem bestimmten Bereich rund um das Optimum oder nicht? Und was heißt überhaupt Zeit? Ja, ich habe dann, wenn ich nur so einen elektrischen Schaltkreis habe, wo sich irgendeine Art von Äquilibrium einstellt, dann ist das natürlich erstmal keine diskrete Berechnung. Ich weiß also gar nicht, wie viele Rechenschritte braucht es eigentlich. Habe ich einfach nur schnell viele Rechenschritte durchgeführt oder habe ich tatsächlich mit weniger, also sprich polynomiell vielen Rechenzeiten ein Problem gelöst, was wir bisher nur in exponentiell vielen lösen können. Also das sind dann so, da geht es dann so in die Richtung, wo man sagt, da habe ich eigentlich weder das Problem gelöst, noch habe ich irgendeine konkrete Aussage über die Komplexität getroffen. Aber auch das wird oft gern noch mit Komplexität vermischt und vermengt. Es ist tatsächlich bekannt, dass NP-vollständige Probleme sehr schwer zu approximieren sind, also dass man keine Algorithmen so leicht finden kann, die beliebig nahe kommen dem Problem und Schritt für Schritt sich da ernähren. Also insofern ist die Hoffnung da nicht allzu groß, dass man mit solchen Anordnungen, die irgendwie zu einem Gleichgewichtszustand konvergieren, zu einer NP-schweren Problemlösung gelangen kann tatsächlich. Man kann trotzdem vielleicht zu ganz guten Lösungen kommen, aber vielleicht, wenn man es analysieren würde, auf Arten, die ich auch auf einem normalen Digitalrechner effizient implementieren könnte. Also wenn ich nicht wirklich das Problem löse, dann löse ich irgendwas anderes und das kann man ja vielleicht auch so in poinamerer Zeit implementieren. Da brauche ich mir nicht so ein kompliziertes, so eine komplizierte Apparatur zu verwenden. Okay? Also Sie sehen, es gibt viele Situationen, in denen die Grenzen ein bisschen verschwimmen und es gibt natürlich auch immer Schlagzeilen, wenn jemand sagt, ich habe irgendwie einen neuen Computer, der macht Dinge schneller als das, was wir bis jetzt haben. Aber Fakt ist, bisher ist kein bekanntes, realisiertes oder auch überhaupt hypothetisches Computermodell im Gespräch, das NP-Probleme in poinamerer Zeit lösen könnte. Nicht einmal Quantencomputing, abgesehen von der Möglichkeit, dass NP und poinamerer Zeit sowieso das Gleiche sind, dann hat jeder Rechner diese Eigenschaft. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Aber darüber kann ich vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr sprechen. Wichtig für uns erst mal, dass wir diese Subtilitäten ein bisschen verstehen und dadurch auch einen gewissen Überblick über diese Begriffe und die Landschaft da in der Informatik und auch jenseits der Informatik, wo das ja auch von großem Interesse ist, oft schon ein bisschen bekommen. Okay. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Beim nächsten Mal möchte ich noch mal ganz kurz noch allgemeiner über P und NP sprechen und wie die sich nun verhalten und was da unser Wissensstand ist und wie das zu anderen Klassen steht. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin,